Hallo Agents von The Division 2. Es gibt ein großes Soundproblem mit Logitech Software. Ihr hört es gerade, der Sound ist jetzt weg. Wenn ich aber aus dem Spiel raus tappe, höre ich ihn klar und deutlich. Wenn ich wieder rein tappe, kratzt er, ist hakelig oder teilweise sogar ganz weg. Um das zu beheben, gibt es eine einfache Möglichkeit. Ihr geht in den Taskmanager, ruft die Prozesse auf und ganz wichtig, die Prozesse aller Benutzer anzeigen und dann sucht ihr euch die Logitech Prozesse und zwar den Logitech Surround Sound Service. Den müsst ihr beenden. Gute Arbeit, weiter so, ich weiß. So, und jetzt seid ihr ingame und der Sound ist komplett klar und deutlich und da. Es liegt an dem Logitech Surround Sound Service in den Prozessen, dass das Spiel eigentlich so kein Spaß macht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und habt noch viel Spaß bei dem Spielsituation 2 Agents. Haut darin bis dahin. Ciao!